Hallöchen zurück bei Sanitarium. In dieser Folge möchten wir versuchen, den Wehrwolf zu befreien. Aber zuerst gucke ich mich hier am Freak Beach um, ob es hier noch mehr Freaks gibt. Oh. Ist sehr gelenkig. Hallo. Ich heiße Sarah. Und Sie? Ich bin Trezul und keiner ist so elastisch wie ich. Oh. Können Sie eine Glühwelle zum Brennen bringen? Was? Oh nein. Elastisch, nicht elektrisch. Und was heißt das? Das heißt, dass ich mich so verhängen kann wie niemand sonst. Wie lange arbeiten Sie denn schon als Zirkusattraktion? Schon ewig. Ich habe hier schon etliche Mutanten miterlebt, aber dieser Krakentyp war der Schlimmste. Der Krakentyp? Welcher Krakentyp? Ist etwa der bei Squish Squish gemeint? Oder gibt es hier noch mehr Leute? Da geht es nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir da oben lang laufen können. Und noch mehr Leichen im Wasser finden. Nee. Also gibt es hier Dry Freaks. Dafür habe ich jetzt Geld bezahlt. Beziehungsweise Karten abgedrückt. Mensch. Das ist ja Wunderbärchen. Wie, oh nein. Ich will da nur raus. Ach so, kann ich einfach. Das heißt, das nächste Mal muss ich wieder so viel Karten bezahlen, schätze ich, wenn ich rein will. Okay, mit den siamesischen Zwillingen können wir nicht wirklich viel reden. Das da unten kriegen wir nicht gelöst. Das Wasser ist so dreckig. Ich kann nicht mal den Grund sehen. Ich kann nicht mal den Grund sehen. Dann schauen wir mal, was wir noch nicht erkundet haben von der Map zum Beispiel hier hinten. Über die Brücke. Oh, hi. Er ist so groß und rund. Da kann ich nicht lange gehen. Ach so, ich kann nicht mit ihm sprechen. Er ist zu weit weg. Oh, hier geht es ja noch richtig groß weiter. Da schläft jemand. Schupps. Hey, noch ein Kind. Ein Kind? Ich heiße Sarah. Und du? Hoppla. Noch ein Kind. Super. Auch wenn du nur ein Mädchen bist. Ich heiße Sean. Sind wir hier die einzigen Kinder? Ja, ganz schöner Mist. Dabei fühle ich mich ganz schön einsam. Keiner da zum Spielen. Mama sagt, ich darf nicht, weil da zu viele gemeine Leute rumhängen, die für die Flut verantwortlich sind, weil sie so viel gesündigt haben. Das ist doch Blödsinn. Wie denn das? Keine Ahnung. Aber Mama weiß so Sachen. Hörst du immer auf deine Mama? Meistens. Aber nicht immer, hä? Naja, neulich habe ich mich mal nachts rausgeschliffen, obwohl sie mir verboten hat. Aber am großen Zelt war es total öde. Die meisten haben gepennt bis auf den Muskelkotz. Der hat irgendwelche doofen Liebesbriefe geschrieben. In dem einen stand, Oh, Inferno, du setzt mein Herz. Das sind Flammen. Ja, das sind Flammen. Ha, 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 ha. Ist dieser Teil der Insel jetzt dein Zuhause? Ja, aber nur, wenn du diese Bruchbuden dein Zuhause nennen willst. Wo sind denn all die anderen Familien? Meine Leute und ich sind die Letzten hier. Ja, früher waren es mal mehr, aber nach und nach sind die anderen verschwunden. Mhm. Was ist denn passiert? Genau weiß es keiner, aber ich glaube, es ist das Monster. Monster? Ja, das Krakenvieh. Mein Vater sagt, im Laufe der Zeit sind wir alle dran. Ich, ich will nicht aufgefressen werden. Okay, das ist ja interessant. Also gibt es hier im Wasser vielleicht einen Kraken? Ich muss sie in Ruhe gelassen werden. Wenn das, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Eine Ölkanne. Die kann ich bestimmt nicht einfach nehmen, oder? Ach doch, sieh mal einer an. Ist die denn noch voll? Eine Ölkanne. Ach ja, jetzt pack sie erst mal weg. Der sieht so traurig aus. Dann reden wir doch mit ihm und trösten ihn. Mein Name ist Sarah. Und wie heißen Sie? Ich heiße Colin O'Leary und das hier ist meine Frau Martha. Was ist denn mit dieser Stadt passiert? Eine Flut. Der alte Prospect-Dame ist genau hinter Grandview Point gebrochen. Kein Wunder, war vollkommen verwahrlost. Wie konnte das passieren? Naja, im Lauf der Jahre hat keiner mehr was dran getan. Wir wussten ja, dass Reparatur nötig war und dachten, aber hält noch mindestens ein Jahr. Die Stadt hat ja auch nur begrenzte Gelder und irgendwie waren andere Sachen immer wichtiger. Da haben wir uns wohl geirrt. Und was ist mit den anderen in der Stadt passiert? Die meisten sind bei der Überschwemmung umgekommen. Die anderen Überlebenden und meine Familie sind hier aufgekommen. Aber außer ihrer Familie sehe ich niemanden. Wir sind die letzten Überlebenden. Die komische Krake hat nach und nach alle gefressen. Seitdem sie im offenen Wasser lebt, ist sie fast dreimal so groß geworden. Manchmal sehe ich wie nachts die langen Fangarme das Land nach uns absuchen. Kann man denn da gar nichts tun? Ich fürchte nein. Wir sind alle verloren. Ich habe ihren Sohn getroffen. Ein netter Kerl. Sean? Ja, er ist ein guter Junge. Ich wünschte nur, seine Mutter würde ihn nicht so verwöhnen. Okay, danke schön, Eltern von Sean. Dann kann ich ja jetzt mal... Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Die Hälfte sind traurig aus. Die Hälfte sind in Ruhe. Die Hälfte sind in Ruhe. ...mit dem Clown reden. Hi. Verdammt. Da. Ich kann nicht mit ihm reden. Vielleicht kann er gar nicht reden. Hallo? Er steht mir halt auch voll im Weg. Und ich kann nichts mit ihm tun. Tschüss. Der knurrt nur rum. Ich glaube, er ist das, der so knurrt. Ich möchte in Ruhe gelassen werden. Wenn das, lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich doch in Ruhe. Wodka. Kann ich den nicht mitnehmen? Ein bisschen Wodka könnte jetzt nicht schaden. Na gut, dann versuche ich erstmal das Offensichtliche. Und zwar mit der Ölkanne das Karussell wieder zum Laufen zu bringen. Das hätte ich aber auch gerne da. Also diesen kann ich bestimmt benutzen. Ein Kegel. Ich finde halt, die Gegenstände sind nicht so gut sichtbar. Also es liegt zwar viel rum, aber es hebt sich jetzt nicht besonders ab. Was es ja auch spannend macht, ne? Aber ich übersehe bestimmt einiges. Kannst nicht unterscheiden, ob es Müll ist oder du es mitnehmen kannst. Also. Yippie. Yippie. Es bewegt sich überhaupt nichts. Das macht bestimmt Spaß. Ja, dann geh rein. Aber die Tiere machen mir Angst. Geh trotzdem rein. Yippie. Oh Mann. Rehwurm. Jetzt kann ich aber auf diese Seite. Das wollte ich doch die ganze Zeit. Ja, hauen sie sich in unsere Geisterbahn! Stell dich mal hier ans Schild, Kleine! Swanky sagt dir, ob du reinkommst oder nicht! Haha, die kannst du wieder ans Wasser werfen, Spanky, die ist zu klein! Ach, nö! Wie kriegen wir uns denn größer? Hm... Das ist wohl der Boss vom Spielkabinett! Ich bin Sarah! Und sie? Oliver Tweed! Und ich glaube, ich habe noch nie im Leben eine so winzige Sarah gesehen! Du bist vielleicht W-I-N-C-I-G! Haha, Mann, ist der Typ lustig! Clown! Wer ist der Clown auf dem Dach? Das ist Spanky, der Clown! Sitzt da oben, damit er in alle Richtungen sehen kann! Warum? Er schaut, ob er den kleinen Bastard sehen kann, der ihm in der letzten Stadt seine Nase geklaut hat! Da dir ziemlich ähnlich! Oh, hat Charlotte die Nase geklaut? Und darf ich rein, wenn ich die wiederbringe? Wie viele Karten, um reinzukommen? Kann dir aber egal sein! Du kommst da nie rein, du Zwerg! Komm doch in drei Jahren mal wieder! Hahaha! Na, das wollen wir doch mal sehen! Also, da habe ich andere Pläne! Gut, aber dann weiß ich erst mal Bescheid! Vielen Dank! Und das habe ich jetzt auch aktiviert! Wo war ich denn noch nicht? Ich war noch nicht im Hauptzirkuszelt, oder Leute? Dann mache ich mich da mal auf den Weg! Hm, aber der hat doch eine Nase, oder ist der unten gemeint? Laut, laut, laut! Es ist hier furchtbar laut! Mal schauen, ob ich da überhaupt reinkomme! Sieht nicht gut aus! Kann ich hier oben lang? Komme ich dann bei dem Clown an? Und von der anderen Seite? Ach nee, hier ist der Eingang! Ups! Hallo! Oh, noch mehr Charaktere! Wunderbar viele Menschen! Oh, jetzt ist sie da total schrecklich mit der Atmo! Hi, ich bin Sarah! Und sie? Leppi! Liegt ja wohl auf der Hand, nicht? Mann, sind sie klasse! Nicht wahr? Hihi, ich kann mit allem so klären! Ehrlich? Ja, aber mir wird es langweilig! Keiner vorbeizt mich mehr heraus! Aha! Hey! Endlich eine Herausforderung! Danke, kleines Mädchen! Hier ist ein Geschenk für dich! Wuhu! Danke! Aber gern geschehen! Ah, jetzt habe ich einen roten Ball, den man als Nase für ein Clown verwenden könnte, in meiner Fantasie jetzt. Ich weiß, dass Sie derjenige sind, der inferne Liebesgedichte schickt. Warum sagen Sie es ihr nicht einfach? Wenn Sie sie lieben, sollten Sie es ihr sagen! Hä? Was? Ich? Ach, wie kommst du da rauf? Hä? Hä? Ich habe einfach nur, nur Muffes hier zu sagen. Muffe? So groß und stark, wie Sie sind? Na und? Können wir zwar eine Stahlstange um den Hals biegen, aber hätte trotzdem Angst, dir das zu sagen. Aber warum nur? Sie würde mich da nie ernst nehmen. Ihr denkt sicher, ich bin nur so ein hirnloser Muskelprotz. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihr meine Liebe beweisen kann. Wie wirst du mit einer Tatonierung mit Ihrem Namen auf dem Arm? Hey, das ist vielleicht keine so üble Idee. Wenn das nicht zeigt, dass ich sie ernst meine, dann weiß ich auch nicht weiter. Nee, ich bin ja auch. Okay. Wie wär's mit? Hallo, Mr. Mangenny. Hallo, hallo, Sarah. Hast du Spaß in unserem Zirkus? Total. Ich glaube schon. Ist aber ein bisschen unheimlich. Das stimmt schon, meine Liebe. Aber macht Angst nicht auch Spaß? Schau nur genau hin und erlebe das Wunder jeder einzelnen Attraktion. Jetzt reden wir noch mit der Dame der Inferno. So ein schönes Kostüm. So ein schönes Kostüm. Ach. Mann. Kann ich wirklich Feuer spucken? Willst du, Jennifer, diesen Mann Max zu deinem angetaugten Ehemann nehmen? Ja. Natürlich kann ich Feuer spucken. Wie heißt du denn, meine Kleine? Ich bin Sarah. Und wie heißen Sie? Hm. Eigentlich heiße ich Jennifer Lang. Aber mein Künstlername ist Inferno. Hey, was war das gerade für ein Flashback? Jennifer Lang ist die Frau von Max? Hat das irgendwas mit unserem Max zu tun? Die würden ja wohl keinen zweiten Charakter mit dem Namen Max einbauen. Also ist es die Mutter? Also Quatsch. Wir wissen ja gar nicht, ob Max... Also ob Max Kinder hat. Ach, ich rede schon wieder. So ein Quatsch. Auf jeden Fall. Verstehe ich nicht. Das ist aber ein schönes Kostüm. Danke. Du bist ein so süßes Mädchen. Genau wie die Tochter, die ich mir immer gewünscht habe. Und warum haben sie keine? Mein Mann und ich hatten einfach nie die Gelegenheit, eine Familie zu gründen. Warum nicht? Ein paar andere und er wollten auf die andere Insel und sind dabei von diesem Tintenfischmonster angegriffen worden. Ich bin nicht mitgefahren, dass ich so leicht seekrank werde. Er hat gesagt, er wolle mal die Lage peilen und mich dann abholen. Er ist nie zurückgekommen. Das tut mir so leid. Na, ist schon in Ordnung, meine Liebe. Konntest du ja nicht wissen. Ich wünschte nur, ich hätte jemanden, an den ich das Geheimnis des Feuerspuckens weitergeben könnte. Oh, mir, mir, peil dich doch mir da! Hm, ich weiß nicht recht. Du bist noch so jung. Oh, bitte! Na gut. Aber bevor wir anfangen, brauchen wir neues Benzin. Ich habe kaum noch Vorräte. Ich weiß, wer ihnen die Liebesgedichte geschickt hat. Was? Woher weißt du denn, dass ich welche bekommen habe? Habe ich doch niemandem erzählt. Ich kann Ihnen nicht sagen, woher ich weiß. Aber ich weiß, dass sie von Geno dem Muskelprotz kommen. Oh nein, dieser Töbel. Um Gottes Willen. Vor der Überschwemmung hatte der fast mit allen Seiltänzerinnen was. Wie soll ich die nur ernst nehmen? Wie wäre es denn, wenn er sich ihren Namen auf den Arm tätigen ließe? Das wäre doch ein Reis, oder? Weiß nicht recht. Naja, wenn er das täte, wäre es vielleicht ein Anfang. Unter uns? Seitdem mein Mann weg ist, bin ich furchtbar einsam. Wer hätte gedacht, dass in dieser skurrilen Welt so etwas wie eine Liebesgeschichte stattfindet? An dieser Stelle mache ich wieder ein Päuschen und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dann. Tschau. Bis zum nächsten Mal.